Servus, ich bin's wieder, der Tobi vom Sport Schinderle und ich möchte heute mit euch über die Sicherungsgeräte sprechen, die beim Klettern verwendet werden können. Prinzipiell gibt es drei verschiedene Arten von Sicherungsgeräten. Es gibt die Tuber, die Autotuber und die Halbautomaten. Je nach Verwendungszweck, je nach Wissensstand des Sicherers, sollte man das entsprechende Sicherungsgerät auswählen. Wenn wir jetzt bei den Tubes mal bleiben, der wird ganz gerne bei alpinen Klettertouren verwendet. Denn bei dem Tube habe ich den Vorteil, ich kann erstens mal mit zwei Seilsträngen arbeiten. Heißt, ich kann entweder mit einem Haar- oder Zwillingsseil klettern gehen, beziehungsweise ich kann auch eine Dreierseilschaft bilden. Der Alpintube hat auch die Möglichkeit, dass ich einen Kletterer nachsichern kann. Deswegen hat der diese Nachsteigeöse. Bei dem Tube habe ich auch die Möglichkeit, mich selber abzulassen. Deswegen wird dieser gerne eben bei Alpintouren verwendet. Der ist super leicht. An sich einfach von der Bedienung. Allerdings muss man dieses Gerät auch richtig bedienen. Denn bei Fehlbedienung kann es im schlimmsten Falle zum Absturz des Kletterers kommen. Wenn wir dann zu den Autotypern gehen, da habe ich den Vorteil, dass die eine höhere Sicherheitsreserve haben. Sicherheitsreserve bedeutet einfach, wie sicher ist mein Sicherungsgerät. Denn bei den Autotypern kann ich eine höhere Reibung im Gerät erzeugen. Dadurch kann der Kletterer schneller abgefangen werden, wenn er stürzen sollte. Das hat natürlich den Vorteil, dass der Kletterer eben nicht zu weit stürzt. Dies bringt aber gleichzeitig einen kleinen Nachteil. Ich habe keine sehr dynamische Sicherung. Damit der Kletterer etwas sanfter ins Seil fällt, muss ich mit meinem Körper dynamisch sichern. Das lasst ihr euch am besten von einem Kletterlehrer euch zeigen. Generell, wie die Geräte funktionieren. Weil dieses Video ersetzt keinen Kletterkurs. Die höchste Sicherheitsreserve haben natürlich die Halbautomaten. Damit ihr euch das leichter vorstellen könnt, erkläre ich das mal folgendermaßen. Der Halbautomat funktioniert eigentlich wie ein Sicherheitsgurt im Auto. Das Seil wird eingelegt. Der Kletterer stürzt. Ich habe einen ruckartigen Zug das Gerät blockiert. Wenn ich das Seil langsam ausgebe, blockiert er natürlich nichts. Generell steht auf den Geräten drauf, wie das Seil eingelegt werden muss und wie die Handhabung ist. Wie vorhin schon gesagt, lasst es euch zeigen. Um euch den Halbautomat etwas einfacher zu erklären, könnt ihr euch das vorstellen wie ein Sicherheitsgurt im Auto. Wenn der Kletterer stürzt, ich habe einen ruckartigen Zug, das Gerät blockiert. Wenn ich das Seil natürlich langsam ausgebe, blockiert er nichts. Dadurch habe ich bei dem Gerät wirklich die höchste Sicherheitsreserve. Heißt, das ist an sich das sicherste Sicherungsgerät. Allerdings sind diese Halbautomaten nicht ganz einfach in der Handhabung. Das sollte wirklich auch geübt werden. Bei den Halbautomaten habe ich einen Ablasshebel, das ich bei den anderen Sicherungsgeräten nicht habe. Dadurch ist das Ablassen des Kletterers etwas leichter. Ich kann die Geschwindigkeit auch etwas variieren. Die aktuellen Geräte haben auch eine Panikfunktion. Das bedeutet, wenn ich den Ablasshebel zu schnell aufmachen würde, könnte es eben sein, dass der Kletterer abstürzt. Mit dem neuen Mechanismus blockiert das Gerät auch. Daher ist dieser Halbautomat bei Neulingen im Kletterbereich sehr zu empfehlen, da diese wirklich sehr sicher sind. Von der Handhabung sind natürlich der Autotuber und die Tuber etwas einfacher, sind aber dafür nicht ganz so sicher. Um für euch das richtige Sicherungsgerät zu finden, eben je nach Einsatzzweck, kommt es einfach bei uns im Laden vorbei. Da können wir euch dann gerne weiterhelfen. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach einen kurzen Kommentar und das Video werden wir euch dann natürlich gerne beantworten. Bis dahin, Servus. 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 Vielen Dank.